Heute möchte ich erklären, wie man in einem WordPress-Blog Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellt, die bisher auf DIN A4 als Word-Dokumente oder PDF-Dateien zur Verfügung stehen. Als Beispiel nehme ich die Materialien von Josef Bürger, der hier schon vorsortiert, in 16 Unterordnern seine Unterrichtsmaterialien gerne zur Verfügung stellen möchte. Wenn ich in so einen Unterordner reinklicke, habe ich immer Dokumente, hier sind es jetzt gerade zehn Stück, immer als Doc und als PDF. Um das Ganze online zu realisieren, habe ich einen WordPress-Blog angelegt. Wie das funktioniert, erklärt Christian Günther in einem eigenen Video, wie man sich anmeldet bei rp-virtuell, ein WordPress-Blog einrichtet. Wir stellen allerlei Themes und Plugins zur Verfügung, so dann auch hier. So schaut jetzt die Startseite aus von dem Blog josef-bürger.blogs.rpi-virtuell.net. Und da habe ich schon Seiten angelegt, 16 Stück an der Zahl, entsprechend der jeweiligen Ordner. Und am Anfang haben wir es so gemacht, dass wir einfach die Ordner komprimiert haben als ein Paket, als ZIP- oder RAR-Datei und dann konnte man sich den ganzen Ordner runterladen. Das ist als erste Lösung die ganz schnelle Umsetzung. Jeweils ein Ordner, eine ZIP-Datei und eine Seite im WordPress-Blog. Ein bisschen weitergehend wäre dann, dass die Ordner ausgepackt sind. Und das möchte ich jetzt dann zeigen, wie das funktioniert. Und dann schaut das so aus, dass ich hier also die Seite habe und auf der Seite selbst die Dokumente, die einzelnen. Hier jetzt nur die PDF-Dokumente. Wir können dann gleich auch noch die Word-Dokumente dazu hochladen. Damit das so funktioniert, dass man hier diese Dinge anzeigen kann, damit man auch ganze Stapeln von Dateien hochladen und verarbeiten kann, habe ich verschiedene Plugins installiert. Das sieht man also im Dashboard unter den Plugins. Da wechsle ich jetzt direkt mal hin. Wir sind also hier im Dashboard Plugins. Und da haben wir drei Plugins installiert. Zum einen Dateien herunterladen. Das ist die Erweiterung, die dann im Artikel die Attachments, also diese Unterrichtsbausteine hier in einer Liste anzeigt. Wie die ausschaut, zeige ich dann gleich nochmal. Das zweite Plugin ist Enable Media Replays. Wenn also Josef Birger das Bedürfnis hat, mal eine Datei zu aktualisieren, müsste er erst die alte Datei löschen, die neue wieder neu verlinken. Und mit diesem Plugin Enable Media Replays kann man also bestehende Dateien einfach überschreiben und somit aktualisieren. Und die dritte Plugin, das ich aktualisiert habe, installiert habe, ist Media Library Categories. Damit kann ich also die Inhalte der Medienübersicht, die PDF und Dokumente, kategorisieren und kann sie somit besser strukturieren. Und es ermöglicht mir auch, die Dinge im Stapel zu verarbeiten. Das heißt, mehrere Dateien gleichzeitig hochzuladen und die dann auch gleich zu kategorisieren, um sie hinterher dann zum Herunterladen wieder zur Verfügung zu stellen. Und genau diesen Arbeitsschritt möchte ich jetzt kurz zeigen. Ich gehe also in die Mediathek, in die Medienübersicht. Hier habe ich schon einige PDF-Dokumente hochgeladen, die jetzt hier die Kategorie Vollendung haben. Und jetzt mache ich weiter mit dem dritten Ordner, den hochzuladen. Ich klicke also auf Datei hinzufügen. Und jetzt habe ich hier vorbereitet ja schon meinen Ordner geöffnet. Ich nehme den dritten, Abraham. Das sind jetzt nur zwei Dokumente. Da nehme ich jetzt einfach einmal alle vier, also die Docs und die PDFs und ziehe die hier zum Hochladen in das Fenster hinein. Man sieht schon, es beginnt hier mit Bearbeiten. Das geht recht fix. So, fertig. Ich habe die jetzt alle hochgeladen. Ich gehe wieder in die Medienübersicht. Da müssten sie mir angezeigt werden. Und da habe ich sie auch. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt habe ich hier unter den Aktionen die Möglichkeit, Kategorien hinzuzufügen. Das ist also das Plugin, das ich vorhin installiert hatte. Was mir jetzt allerdings fehlt, ist die Kategorie Abraham. Die habe ich also noch nicht hier bereitgestellt. Dazu müsste ich die zuerst anlegen. Ich öffne also hier die Kategorien. Und lege eine neue Kategorie Abraham an. Mit dem Slug Abraham. So, das ist jetzt der Fall. Ich gehe wieder zurück in die Medienübersicht. Und, ah, das kennt es noch nicht. Also muss ich nochmal die Seite aktualisieren, damit diese Änderung jetzt auch wirksam wird. Jetzt habe ich die Möglichkeit hinzufügen, Abraham und übernehmen. Und dann sieht man hier schon, die Kategorie wurde ergänzt. Ich habe das jetzt dann sicher zur Verfügung. Und jetzt suche ich den Artikel mit der Seite Abraham. Dazu gehe ich wieder auf die Startseite von meinen vorbereiteten Seiten und habe hier Abraham, sich in Gott festmachen, den dritten Ordner. Und jetzt habe ich hier immer noch diesen Download-Button des gesamten Ordners. Ich möchte jetzt aber, dass unten dran in die Attachments angezeigt wird. Ich bearbeite also meinen Beitrag, lösche die Download-Möglichkeit des Gesamtordners herunter und habe jetzt hier das zweite Plugin, das ich vorhin erwähnt habe, Dateien herunterladen. Und hier kann ich jetzt die neuen Dateien hinzufügen aus meiner Mediathek. Und dort lassen sich die vier Medien, die hier auch kategorisiert sind mit Abraham. Markieren und hinzufügen. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, die Reihenfolge zu ändern. Ich fange also an mit dem ersten PDF, nehme dann das entsprechende Doc dazu und dann wieder das zweite PDF und das Doc. So sieht jetzt die Reihenfolge aus. Abspeichern. Und dann schauen mal den Artikel an, wie der jetzt aussieht. Ah, ich habe es noch nicht aktualisiert. Das muss ich noch tun. Also einmal aktualisieren. Und jetzt die Seite nochmal neu laden, damit sich die Änderung auch bemerkbar macht. Der Ordner ist also hier oben verschwunden und hier unten sind jetzt die Einzeldateien zum Download. So, ich arbeite mich durch die weiteren Ordner durch und lade natürlich herzlich dazu ein, Unterrichtsmaterialien zu teilen, das Blogsystem von RP virtuell zu nutzen, um dort Inhalte einzustellen. Man kann das auch mit Blogartikel machen, dass das im Fließtext ist. Aber das hier ist also eine sehr schnelle Möglichkeit, Materialien online zu stellen, als Einzeldokumente zur Verfügung zu stellen und die dann auch wiederum im RPI virtuell Materialpool verfügbar zu machen. Soweit mal. Viel Spaß.